So, und damit sind wir jetzt im zweiten Anlauf in derselbigen Testkammer aus dem Stream, hallo da draußen, mein Name ist Kerge und mit dabei ist der Tarindor, yay, ich dachte mir das heute mal anders. Wolla, 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 also das schicke Stück an seiner Seite, ne, ich bin die geile Lisa. Ich geh da mal. Schatz, ich renn doch nicht weg. Wir wissen schon, was wir machen sollen, weil mir nämlich gerade eben hier die Verbindung abgeschmiert ist, weil wegen der Didiscon, weil ich streame gerade immer noch und es ist spät und ja. Genau. Ähm, Achtung, brate ich dich oder alles gut? Ja, ne, bis jetzt lebe ich noch. Okay, da wirst du nämlich schlecht, äh, schlecht bebraten, wenn du da jetzt im Weg stehst. Och, Gott, das wird echt nicht mehr besser. Gut, okay, damit haben wir doch den Laser auf … Ich erinnere mich, ich hätte hier dringend noch was machen müssen. Entschuldigung, wir müssen nochmal … War ich jetzt ein bisschen wie voreilig? So, oder? So. Das kommt im Alter schon mal, ne? Naja, ja, ja, unser einer gehört ja zum alten Eisen inzwischen, das kennt man ja. Wie alt bist du? Ich bin stolz zu 26, ich werde jetzt aber die Tage 27, also nächste Woche. 90er Jahrgang, ebenso wie auch meiner einer, by the way. Jo. So. Also Knopf ist gedrückt, ich weiß nicht was er macht, aber der war bestimmt voll wertvoll. Kann ich jetzt hier raus? Ich denke mal. Ich will jetzt einfach mal hier rüber. Achso, da bist du. Und hier ist noch eine Knopf-Door. Oh, moin. Oh Gott, das macht mich voll schwindelig. Glaub ich dir, also hier ist ein Knopf, den hab ich noch nicht betätigt. Und hier ist ein Weg. Ah, dann ist das hier die zweite Kammer. Oh, hier ist eine Treppe. Also, eine Brücke. Oh, okay. Achso, weil wir die erste Kammer jetzt geschafft haben, die erste Minikammer, können wir, wenn wir sterben, auf dem Weg direkt wieder hierher. Das ist sehr angenehm, das ist sehr gut. Hast du die gerade mit dem Knopf hergeholt? Ja. Hätte ich hier mal nur vorher gedrückt. Ich hab mich nicht getraut. So, also, wir müssen diesen Würfel irgendwie in diese Öffnung hier hinein praktizieren. Und da oben ist ein Knopf. Ja. Richtig, da ist ein Knopf. Ich drücke da übrigens nicht nur für dich drauf, du machst dir ja selber ein Bild von der Sache, sondern auch um hier für mich, für die Aufnahme, das alles noch so ein bisschen zu betonen, was ich gerade meine. Hier können wir Speed aufnehmen, übrigens. Ja, das meine ich ja. Allerdings kann ich das nicht machen, sondern dafür... Ich bereite das für dich vor. Ne, ich kann hier meine eigenen Portale nicht hinsetzen. Weil dazwischen so eine Portal-Verschwindibus-Fläche ist. Aber ich kann... Achso, dann muss ich das... Das heißt, der eine muss hier den anderen durchschießen, das ist die Sache. Ja, komm, ich schieße dich durch. Alles klar. Und das ist mein Portal und das andere da oben. Dann gucken wir mal, ob die einigermaßen brauchbar gesetzt sind. Das sieht gut aus, das sieht sehr gut aus. Na ja, das sieht ziemlich gut aus. Na ja, das sieht halt Augenmaß, ne? Also das... Welches nehme ich denn jetzt? Ich muss hier immer so ein bisschen korrigieren gerade. Soll ich das nach oben? Also willst du jetzt nach oben erstmal zum Knopf, ja? Ähm, ja, wäre sinnvoll, oder? Das war jetzt nicht so ganz sinnvoll. Achso. Platsch. Der ist halt ein kleiner Trottel. Also ich muss doch sehr bitten. Wir machen das nochmal, ja? Könntest du das Rote nochmal ein bisschen anders ausrichten? Entschuldige, dass ich dich jetzt nochmal... Ja. Aber wenn ich hier jetzt reinspringe, dann bricht das halt zwischendurch immer wieder ab, wenn die nicht sauber genug. Das ist gut, das funktioniert. So? Das sieht gut aus. Ich muss dann das Rote ändern, ja? Ähm, ja, das wäre gut. Ja, moin. Autsch. So, soweit so schön. Ich weiß nicht, was der gemacht hat, aber es war bestimmt gut. Ich wusste es auch nicht. Das war ne Tilde. Das war ne Tilde. Ach, die Tilde mal wieder. Die gute Mathilde. Ah. Oh. Ah. 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 Okay, das ist gut. Ja, genau, genau. Und das hier wird dann den hier. Und dann müssen wir uns... Ich hab gesehen, wie es weitergeht gerade. Genau, richtig. Spring mal. Ah, yo. Ja, hu hu hui. Soll ich mich gleich ganz schnell orientieren? Da will ich hin, da will ich hin, da will ich hin, da will ich hin. Das war's noch nicht so ganz. Ähm. Okay. Macht sich noch ein bisschen näher. Einen zweiten Anlauf bräuchte man nochmal. Ja, hu hu hui. Ja, moin. Äh, es ne. Yes. Wir sind ein gutes Team. Warnung. Happy Optics Falling. Sehr schön. Sehr auch schön. Sehr schön. Ach herrlich. Also Portal bockt gerade richtig. Ich kann's nicht anders sagen. Ja. Mir macht's auch gerade echt Spaß. Muss ich ja sagen. So. Und jetzt kommen wir hier immer noch nicht durch. Wie machen wir denn das am besten? Weil ich glaube nämlich, dass wir uns hier einen weiter hier entlang schießen müssen. Ach, okay. Ich seh schon. Wahrscheinlich so. Ja, moin. Einfacher kriegen wir's nicht. Wunderbar. Schön. Und hier können wir jetzt wahrscheinlich wieder einen Shortcut bauen. Jawohl. Mega. Hey, läuft doch. Oder? Ich freue mir. Ich freue mich. Das sind schuldige Profis. Ja, aber total. 8 Ball hat am 24.09. 1992. Sehr schön. Oh. Ähm. Könntest du dich hier mal gerade bereit machen? Beziehungsweise hier, äh, da so drauf? Ich hab so die Vermutung, dass ich hiermit eventuell... Autsch. vor ewigen Zeiten. Ach, na sieh mal einer guckt. Da ist also eine Brücke. Ich komm mal mit. Ja, besser ist das. Da ist das Ziel. Ja, da kommen wir so aber nicht hin. Ähm. Das heißt, ich komm jetzt... Hier entlang. Ich lass dir mal ein Portal hier. Weil das andere dort hinsetzen. So, und dann kommst du jetzt auch zurück? Äh, warte. Ähm, Hustust. Ähm, theoretisch musst du nicht hier sein, wenn du schlafen musst, ja? Also, ist das natürlich schön, aber wenn du schlafen musst nicht. Und 8 Ball, ja, du bist ein Ball. Wir hätten auch dich benutzen können. So, wo muss ich hin? Äh, zurück. Einfach zurück. Ach so. Ey, wie geil. Weißt du wieso? Ich bin grad... Also, die Musik war aus. Ich bin grad losgelaufen und die Musik geht an. Ja, nice. Das ist nicht mal ein geiler... Wunderbar. Wunderbar. So. Wir sind hier gerade am Ziel. Brauchen aber... Die Kugel und den Würfel. Nochmal zurück. Die Kugel ist hier. Und der Würfel ist hier. Ach stimmt, hier haben sich Durchgänge geschlossen. Wir sind hier geöffnet in der Zwischenzeit. Ach cool, nimmst du die Kugel mit? Ja, ich nehm die Kugel mit. Okay, cool. Dann haben wir's ja gleich. Ach Mensch. Oh. Komm, dann kriegen wir nochmal einen schönen. So. Juhu. Ja, moin. Hey. Ey, wir werden besser. Na, das lief doch, oder? Oder? Ich hab die Stoppuhr nicht gestellt, aber das war bestimmt schnell. Ja. Kurz und schnacke. So, das war jetzt also Coop Four Mini Chambers von Maya Trademark. Ja. Ich fand die gut. Also... Mal was kleines für zwischendurch, ne? Ja, absolut. Vor allem diese Struktur, dass du wirklich diese vier Mini-Kammern hintereinander hast. Ja. Immer jeweils ein so'n kleines Rätselich hinteren. Das fand die sehr angenehm jetzt, muss ich sagen. Ja. Wirst du nicht gleich so erschlagen von den, von den vielen Möglichkeiten und so. Das war schön strukturiert. Ja, muss ich auch sagen. Hat mir Spaß gemacht. Ja. Gut, wunderbar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich weiß nicht wie lang das war. Wahrscheinlich was kürzer. Aber das soll mir jetzt einfach mal reichen an dieser Stelle. Haben wir ja auch gesagt, dass das mal länger und mal kürzer werden kann, ne? Joa, je nach Kammer halt, ne? Und je nachdem wie wir uns anstellen. Das hängt natürlich auch noch mit da rein. Mhm. Gut, alles dann. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ihn hier nicht vergessen. Sag ich jetzt einfach mal so. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.